So, zunächst mal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Schaut euch mal meinen Hof an, wie der aktuell aussieht. Ja. Ich habe den so schön aufgeräumt, so schön zauber gemacht. Und der sieht einfach mal aus wie Sau. Na gut. Das hier haben sie reingeschmissen. Ein riesiges Metallrohr. Nur, ich frage mich echt, wo die das hergekriegt haben. Weil ich echt nicht weiß, wo das herkommen kann. Aber, um ehrlich zu sein. Hat er echt so viele Probleme damit gehabt, das rumzuschleudern? Ich meine, das ist ja echt nicht problematisch. Oder? Ist nicht schwer, gar nichts. Also, hallo? Manche Leute, ne? Das Geile ist, hier. Jetzt wartet mal, wir machen das anders. Ihr habt ja gesehen, wie der sich so wie so ein Trottel rumgewirbelt hat. Pass mal auf. Eine Hand. Hätte ich auch mit links gekonnt. Aber ich bin mit links eh stärker. Hä? Also manchmal, ne? Neulich war ein Reifen vor ein Tor gelegen. Die sind hergangen und die schmeißen den da drüber, schaffen den aber gerade mal so auf die Höhe vom Zaun. Hey. Hä? Was ist denn mit euch falsch? Und ihr wollt über mich lachen? Was seid denn ihr für ein Lachen? Was seid denn ihr für ein Lachnummern? Voll die Schwächlinge. Na gut. Zum Ende noch ein bisschen Kraft zeigt. Ne? Zeige ich Drachenlord Rücken. Also. Dann danke ich euch fürs Zuschauen.